So, PING! Das war der Standtuch. So, und wenn man dann meint, das ist ganz easy, das kann ich auch, dann nur noch vier weitere Leute zuzuholen und sich zu probieren. Es ist aber mit einer Hürde versehen, das Ganze. Und zwar dürfen die Kisten nicht angereicht werden. Die fünf Leute müssen also selber ihre Kisten nehmen und so stapeln, wie man mal sehen. Und wenn eine Kiste länger als fünf Sekunden in dieser Lage für Haltung gibt, dann zählt es. Alles unter fünf Sekunden zählt die nicht. Das war die Bewerber. Und wenn man dann direkt auf eine Kiste nimmt, dann muss man das in der Tatmik-Allege einsetzen und dann auch noch die Kisten und die distribution. Und das ist ganz wichtig, dass die Bewerber auch nicht überlebt hat. Und das ist auch zu spätestens zehn Minuten. Ich habe nur jetzt einen neuen Kisten und meinen Kisten. Und zwar nur noch, was es funktioniert. So, dann wird das alles und bereit, weiterzugehen. Und das ist auch zu spätestens fünf Sekunden. Und das ist auch das alles. Ein Gründer ist geschafft. 20 Nisten. 1 Nisten. 2 Nisten. 23 Nisten. 25 Nisten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und die 50 51 54 56 50 Ihr könnt ja auch mal ein bisschen applaudieren, wenn das schon mal hier kommt. 58 58 50 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 Zu den größten Eintüten brauchst du gar nicht weglaufen. Nicht wohl entdeckt dahinten. Die Hutze haben wir auch schon hier. Im Wohnprogramm Kreise einfach alle werden sicherlich ganz lieb und nett über unsere Veranstaltung berichtet. Davon gehen wir jetzt einfach raus. Weil es gibt ja hier fast ausschließlich nur nette Leute. Ein schöner Tag, ein herrlicher Sonnensalm und vielleicht gleich ein neuer Weltkorn. Das geht natürlich nur mit der Unterstützung. Mit Schwede wie auf dem Friedhof kann das nicht, liebe Freunde. Da müssen wir gleich schon mal so ein bisschen mit einstimmen. Wurdenfalls fängt der Michael noch nicht an zu singen, weil das wollen wir euch gerne ersparen. Um Gottes Willen, nee. Da bin ich auch raus. Aber der Stand momentan sind 22 Kisten. Also ein Drittel vom neuen Rekord ist geschafft. Ja, wir haben eine Kurier im Einsatz. Hallo, herzlich willkommen. Ich mache ein schönes Breitbild von mir. Während ich hier so sitze mit einem blauen Mikroskop in der Hand. Nein, du musst die Jungs krimsen. Ich habe noch nichts geleistet heute. Die machen das hier in der Sonne. Alles wunderbar. Und dann brauche ich aber an die Kurier zu trinken zu geben. Dann ist er schon bereit. 30 Kisten. Und dann ist er in der Sonne. Nur noch 31 vom neuen Rekord entfernt. Dann sind die Jungs. Dann sind die Jungs. Dann gehen wir weiter. Dann gehen wir weiter. Dann gehen wir weiter. Wir fahren jetzt mal ein wenig. 43 und alle stabil, super! 44, 45, 46! 51 Kisten! 53, 54, 55, 56! 57! 58 und alle stabil, das klappt! 59! 55! 55! 55! 55! 55! 56! 56! 56! 66! 66! 68! 68! 70! 79! Ich bin sofort eingestellt, nämlich. Leider, leider. Warten ab. Aber trotz allem, vielen Dank, einen Applaus für eine großartige Leistung. Respekt, Respekt. Ich möchte da nicht bei gewesen sein. Ich möchte da nicht bei gewesen sein. Ich möchte da nicht bei gewesen sein.